Musik Kassel feiert den Hessentag und die evangelischen Landeskirchen in Hessen feiern mit. Sie haben die Martinskirche in Kassel in eine Zukunftskirche verwandelt und bieten Konzerte, Kabarett und besondere Gottesdienste. Diese Zukunftskirche inmitten von Trubbel ist deshalb besonders schön, weil man dort zum einen Ruhe finden kann, aber auch eine ganze Menge an Impulsen für das persönliche Leben und für den gemeinsamen Weg in die Zukunft. Die EKHN hat auf ihrer Sondersynode eine neue Version ihrer Lebensordnung beschlossen. Die Ordnung regelt zum Beispiel den Ablauf einer Taufe oder eines Gottesdienstes. Außerdem will die Kirche die Segnung homosexueller Paare weitestgehend genauso behandeln wie eine Hochzeit. Auch die Bundesregierung soll Familien stärker fördern, egal ob Homo oder Hetero. Das fordert der EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider. Familie existiere heute in vielen verschiedenen Formen. Die Evangelische Akademie Römer 9 in Frankfurt hat ihre Leiterin Ute Knie in den Ruhestand verabschiedet. Sieben Jahre lang war Knie die Leiterin von Römer 9. Außerdem war sie Pfarrerin, Dozentin für theologische Fortbildung und Direktorin des Zentrumbildung der EKHN. Niederflorstadt steht gemeinsam gegen Rassismus und rechte Gewalt. Am Samstag haben mehr als 1000 Menschen in einer Menschenkette das Wort Respekt dargestellt. Die Initiative Vereint Zeichen setzen will damit gegen die Ausgrenzung von Ausländern demonstrieren.